Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wayward. So, wir wollen heute mal eine kleine letzte Abschlussfolge machen, denn so langsam fängt es halt an sich zu wiederholen und ihr könnt euch vorstellen, wie jetzt so die Zukunft dieses Spiel aussehen wird. Wir gehen nochmal auf die andere Insel, holen uns Eisen, rüsten uns auf, machen die Monster platt, die Monster werden stärker, wir reisen weiter. Ich glaube, es gibt noch andere Materialien, ich bin mir gar nicht so sicher. Aber ich glaube, dann hört es auch irgendwann auf. Und ja, ist aber schon ganz gut. So, es ist Nacht, ne? Dann wollen wir mal vielleicht, gibt es mal was zu craften hier? Mir geht es gesundheitstechnisch ganz gut. Schlafen wäre ganz nett. Ach ja, genau, einmal das. Okay, das geht auch nicht. Kann ich Tenen herstellen? Ich glaube gerade nicht, dafür brauche ich Treebug, die habe ich gerade nicht, aber ich könnte welche holen. Stimmt, hier meine Bäume. Was habe ich in der Hand? Eine Axt, ein Messer vielleicht? Ja. Gut. Und was noch? Ach, man braucht er besser. Gibt es hier drin? So. So, kann ich mir das Ding jetzt überwerfen? Wo ist es hin? Mr. Leder? Hello? Wo ist er hin? Ach da. Gott, bin blind. Ne, auch das alles kann ich. Was? Nein. Ich kann das nicht als Umhang nehmen, oder? Geht nicht. Freunde, was erzähl ich hier für ein Quatsch? Mensch, gibt es doch gar nicht. Naja, was solls. Okay, gut. Jeder haben es trotzdem gut. So, mal ein paar Stöckchen hier ablegen. Langsam mit der Container auch ziemlich voll. Ich wollte eigentlich auch die Cactus-Seeds noch pflanzen, aber wir haben ja hier draußen so ein kleines Monster-Problem irgendwie. Ne? Pfefefefe. Oh, einiges am Treebug gekriegt. Richtig gut. Perfekt. Da kann man ein Messer an der ähm, 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 Tree, äh, ist es immer super mit der Treebug. Okay, das kann wieder raus. Das kann wieder rein. Das auch. Wir versuchen zu schlafen. Appala. Ich sollte mir abgewöhnen, äh, Escape zu drücken zum Schließen des Fensters, weil dann geht nämlich alles zu. Okay, schlafen. Es ist Tag. Okay, ich habe ein bisschen Schiss. Oh, guck mal, die Dinge sind gewachsen. Das ist gut. Den muss ich mir holen gehen. Oh. Ähm. So. Natürlich. Moment. Erstmal kurz. die Tür schließen. Ist Vieh. Wie viele Viecher gibt es denn hier? Es ist doch unmöglich. Ist das doch. Was zu essen haben. Lass mich in Ruhe. Mann. Das gibt's doch gar nicht. Ähm, essen. Oh, noch eine Ananas. Wunderbar. Kann ich hier mal gleich ein bisschen was pflanzen? Äh, nein. nicht ablegen. Pflanzen nicht hält. Komm schon. So ist brav. Mhm. Hier auch noch. So. Ratte, du bist dran. Aber so war das ist, oh Gott, ein Zombie. Ich hoffe, wohl, Zombie sollte eigentlich gehen. Könnte mich aber vergiften. Komm her. Oh. Äh, Strength increasing. Sehr gut. Nice. Ein Bogen. Wir haben einen Bogen angekriegt. Das ist cool. Bow. Nice. Äh. Kann ich jetzt irgendwie noch karben? Ach, das kann ich wohl. Tatsache. Okay. Interessant. Ähm, halt. Was ist das? A Bowdrill. Ah, für, äh, zum Feuer anzünden. Cool. Das machen wir? Machen wir das? Was können? Nice. Warum bin ich jetzt so schwer? Ja, was habe ich denn so alles? Das Ganze? Okay. Ähm, ich hatte noch ein Shirt. Das kann ich jetzt? Okay. Disassemblen. Tatsache. Ah, ja. Fabric. Nice. Ähm. Dann das ganze bekloppte Spider-Meat und so. Brauche ich nicht. Will ich nicht? Rotten-Meat will ich nicht. Tainted-Meat will ich nicht. Tausend Milliarden Nadeln. Jetzt kann ich Bandaten eine Bandage machen. Das mache ich auch gleich mal. Für den Notfall. Man weiß ja nie. Äh, Sehnen, äh, oh. Eine Ausdauer gekriegt. Ne, eine... Beweglichkeit? Ich glaube schon. Okay. Gut. Wir können wieder gut laufen. Was kreucht und fleucht das? Eine Spinne. Komm her. Mach dich fertig. Spacko. Gut. Ähm. 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 Was habe ich gesagt? Ähm. Fleisch bleibt hier. Fleischi-Fleisch. Fleischi-Fleischi-Fleischi-Fleischi-Fleischi-Fleischi. Ähm. Wo ist das denn? Da. Pflüpp. Habe ich kein Messer mehr? Doch. Habe ich noch. Mal reparieren, bitte. Ach, komm. Zehnhaltbarkeit Ist nicht grad viel Noch Oh, diese Oh, eine große Spinne Schon tot? Noch nicht Aha Ähm Das aufheben Die hat Kohle dabei Hoppala Oh, wir haben doch im Menü Cool Ähm Auf Oh, war das glaube ich Oh, wie Options Macht Sinn Okay Äh, sehr schön Was ist das? Charcoal Bandage Und Pile of Ashes Okay Das ist cool Ich heilte einen besser, oder? Äh, vorhin schon Antiseptik Cool Also, was quasi noch mehr heilt Nice Da ist noch eine Ratte, die würde ich gerne haben Blob Geh mir denn auf den Sack Die blöde Katze Und noch eine Ist das ein Panther? Ach, ein grauer Wolf Okay, Sandkatze Warte mal Kann ich noch ein bisschen was essen? Ich hab echt Hunger, Mann Und Durst vor allem Oh Ich versuche mich mit einer Katze Okay Das ist gut Das ist gut Hier zwei? Das ist unfair Warte mal Ein Equip Checken Oh Gott Oh Beide platt Tatsache Können wir noch irgendwas aufheben? Ne Lol Okay Ähm Oh Mann, oh Mann, oh Mann Gut Ähm Ganz viel Innereien Ganz lecker, lecker Ähm Das würde ich gerne reparieren Sechs Ist auch sechs Sehr schön Okay Den Schleim muss ich noch zerlegen Oh Gott Ich bin Viel zu überladen Hm Warte mal Oh Ich sollte vielleicht mich kurz ein bisschen ausruhen Mhm Ja So Okay Das wird, das wird, das wird Waterskin Ne, noch nicht Tannin Kann ich erst zu Hause machen Wegen Tree Park Ach genau Ich sollte den Quiver machen Den kann ich bauen Der macht auch, ähm Dingens Und das ist Und so Darin kann man was tragen Okay Quiver Wo bist denn du hin Kleiner Quiveriger Quiver Da Ja Kann ich da rein wirklich was tragen Wo ist er, wo ist er Da Open Container Tatsache 25 Gewicht kann ich da rein tragen Perfekt So Will ich jetzt Fleisch Ich lasse das Fleisch hier Ich kann damit einfach nichts anfangen Mann Wenn ich das zubereitet habe Ist immer alles Verrottet Das ist ziemlich kacke So Okay So weit So gut Wir können die ganzen Tier Sachen da rein tun Nein Okay Daneben Drag and Drop So Am Das Mantel Ist kaputt gegangen Ich habe ja noch was besser So Sehr schön Ganz viel Tier heute Mega viel Nadeln Mega viel Fell Knochen Knochen Das Ding machen wir voll Wasser alles reinpasst In dieses kleine Quiverteil Sehr interessant Die zwei dürfen draußen bleiben Gewicht sagt alles Okidoki 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 Ach ja Die Axt ist kaputt Ähm Dann nehmen wir Das auf die Eins Jetzt einmal Gelee Ist gut Ein paar Beeren Ah Blend Moment So Kann ich hierrum Nach Hause Zurück gehen Entschuldigung So Langsam würde ich wirklich mal gerne Dieses blöde Hallo Häschen Blöde Blöde Skelett Besiegen Das geht mir echt auf den Sack Au Oh Gott Scheint mir nicht so Ok Das hätten wir Das hätten wir Wir können hier unsere Water Skins füllen Getter 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 So Ok Können wir das mal reparieren hier Danke Ähm Noch eine Sandkatze Was ist denn hier los Aber wir haben inzwischen So viel Leder Wahnsinn Komm her Mieze Katze Schon platt Das ging verdammt schnell Ok Oh was ist das Plant Fruits Achso Äh Das Mantel Ja Eine ganze ganze Menge Meine Güte So Das können wir noch bauen Das können wir noch bauen So Dann öffnen wir noch den Quiver Das kommt rein Das kommt rein Voll machen bis oben hin Jelly wiegt auch recht viel So Nadeln 19 vor 25 Läuft Das lasse ich wieder hier Ähm Fett Krallen Bell Ok Immer noch zu schwer Ok Warten noch Dann vielleicht die Water Skins Ok Ja Das macht einen wieder Oh Hoppala Entschuldigung Seeds Das war Nicht so gemeint Du bist Eisen oder Du bist keine Kohle Ok Gelegenheit mal auschecken Aber nicht jetzt Ich würde nämlich gerne jetzt mal hier Mein Zeug pflanzen und ernten Wenn es geht Oh dieses Sumpfgedönsbumse Ist echt scheiße Ähm Gut Vielleicht Wollte ich mal hier kurz Meine Cotton Seeds pflanzen Danke Und dann Schaufel es auf vier Das Mist hier wegschaufeln Ich brauche eine bessere Schaufel Ey Gibt es eine Eisenschaufel? Ja Aus Einem Eisen Wäre eine Überlegung wert Ach Dieses nervige Zeugs Gut Ich muss erstmal was zu essen Besorgen Ach Die Sumpfung ist auch schon wieder Komm her Du machst hier nur alles eklig Die Riesenmaule Danke Ist das eine Oh Interessant So erstmal Den Mist hier ablegen Kompost Könnte ich gleich mal auf Mein Bärenbusch werfen Garden Nice So Okay Dann die Tunika Und es mal kurz auschecken Hier 20 Okay Equip Nein Nicht auf den Boden werfen Sondern Dies Gut aber ganz schön viel Tree Bark halt Das kann man auch immer gut gebrauchen So Machen wir eine Ratte Lass mich erstmal hier noch was essen Mann Komm her Du willst es ja nicht anders So Zack Und zack Und voll überladen Boot Paddle Ananas Ähm Tannin Genau Davon brauche ich jetzt eine ganze Menge Wo ich gerade so hier bin Rope Mhm 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 Wo sie sind da Das war's Oh Woof & Fabric Macht man auch Strings Interessant Ähm Oh Leder Tunik Ah ne brauche ich Doch brauche ich eigentlich schon Als erstes brauche ich Handschuhe Verdammte Scheiße Äh Ich brauche Handschuhe Leather Gloves Hier Level Expert Kacke Geschafft Ehrlich Tatsache Oh nein Nicht werfen Sondern anziehen Links klick Equip Yay Wow Milestone prepared Equip something in each Equipment slot Nice Jetzt kann die Party richtig rund gehen Hier Wir können uns jetzt glaube ich mal langsam gegen das Skeletz stellen Gehaltbarkeit aus Sehr gut Läuft bei uns Backpack Soll ich ein Backpack craften? Ich meine ich weiß sonst was ich Ne eh nicht was ich noch craften sollte Wobei doch Ausrüstung wäre nicht so schlecht Hab ich noch Leder Im Quiver? Ja ne Für Mehr Tennen brauche ich Mehr Treebark Gut Ach Mist Ich bin wieder vollkommen überladen hier Ähm Kann ich hier auch hier pflanzen? Oh Ich sollte etwas ausruhen Er schon wieder Okay Was kann ich ablegen Was schwer ist? Ist aber auch ein Schaden Das Mist Vieh Einmal bandagieren Ha Es rennt Es ist gut Wir haben es gleich Wir haben es geschafft Oh mein Gott Wir haben es geschafft So Was haben wir gekriegt jetzt hier Von dem lustigen Skelett Vieh? Ah Jemini Ah Okay Knochen Ganz viel Knochen Und noch mehr Knochen Und Einen Stone Bullet Toll Knochen Oh Ich laufe nicht Ich wollte nur was abwerfen Ähm Hm Ist alles so voll Kann ich hier noch ein bisschen was essen? Na ne Noch ein Happen Hm Das wäre leicht genug Wunderbar Ab nach Hause Okay Das war doch ein sehr Erfolgreicher Tag Das heißt halt jetzt nur noch Sich ausrüsten Und dann Weiterbauen Ich würde sagen Sind wir soweit? Äh Was? Noch nicht oder? Hä? Bin verwirrt Hm Komisch Hab jetzt vor 8 Minuten angefangen Kann ja nicht sein So viel gemacht Irgendwie Ach gut Wir machen noch ein bisschen Dann Oh Gott Haben wir hier noch ganz viel Shitkram Äh Tree Bark Für Tannin Mortar Okay Kann man das reparieren? Nö ne Nö Ähm Aber das hier Aha So Dann Brauche ich mehr Hier Können wir schon mal Sachen ablegen? Wie das hier Das hier Das Die ganzen Bekloppten Nadeln Gleich noch Ähm Meine Güte Quipper öffnen Satiren kurz Ach je Ähm Das alles Okay Nein Du sollst Resten Dankeschön So Ähm Dann weiter Leder machen So Mehr habe ich glaube ich gar nicht Äh Seht so aus Hier ist auch alles raus Okay Mhm 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 Dann Der Brustschutz braucht aber glaube ich ein bisschen mehr hier ne Vier Strings Achso Vier Strings Okay gut Das kriegen wir noch hin Mhm Drei Eins Zwei Eins Eins Und die Hose Eins Eins Wenige Haltbarkeit Subzehn Zwanzig Hm Ähm Ähm Advanced Auch Advanced Ich mach das zuerst Okay Geschafft Equip to Chest Dann können wir das jetzt hier Disassemblen Mhm Dann können wir Mehr Strings wieder machen Ähm So So für die Hose Ähm 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 Equip to Legs Dann Kann wir das hier Sehr schön Auch wenn alles mega kaputt ist Nicht so schlimm Kettling Ähm So dann brauche ich jetzt Wenn ich gleich das Feuer anmache Hier Brauche ich Ähm Das hier alles nicht Die ganzen Nadeln nicht Das kann weg So kurz gucken Ich brauche 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 Amba brauche ich Ich brauche Hier ist auch Fleisch Krass Ähm Oh String Leder Kann ich auch disassemblen Ein paar Twigs Ne ich brauche Das brauche ich Für die Schaufel Ähm Okay Und hier Brauche ich das Und das Nein Wo gehst du hin So erst mal Entspannen Dass ich genug hab Zum Craften So Dann Brauche ich jetzt Was zum Feuer starten Wo ist das Ding hin Da Komm schon Hey was Killing Oh Ich hab keinen Geht doch So Dann einmal Struck Healthy Sehr gut So Ich will jetzt eine Schaufel Danke Ich hätte gerne mein Wasser Ähm Fleisch Fleisch Struggling Ähm Schock So Ähm Was hab ich gesagt Fleisch Melted Amba Mit dem arbeiten wir dann direkt gleich Und zwar Was haben wir denn hier die Schaufel Die kann es gebrauchen Komm schon Komm schon Komm schon Geht doch 108 Okay das ist gut Jetzt haben wir noch Glue Den wir machen können Der muss repariert werden Oh Shit Reinforced with glue No Komm schon Ja nice Gut 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 Okay Okay Struggling Komm mal hier das dran Zack So Okay 36 Nice 23 39 41 Das ist doch super Hier ist alles gut Wie sieht es hier aus 33 22 Das ist unwichtig 27 36 39 59 Also das muss dringend Reinforced werden Oh wunderbar Was Nein Was Das war nicht so clever Okay Alles gut Alles gut Alles gut Die Schuhe Quiver Die Schuhe Können wir noch Reinforcen Aha Habe ich jetzt noch ein Glue übrig Ne ne Das war's Das war's Sehr schön Okay Können wir jetzt noch Irgendwas machen Grad Ich glaube nicht Das können wir machen Das Essen Preparieren Ist auch okay Andere was essen Mum 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 Und ansonsten Im Feuer Grad Nichts Ja Gut Dann können wir jetzt schlafen Und Ja Ähm Hat ich jetzt noch Leder Ne Noch kein unbehandeltes Leder Ich kann das noch Disassemblen Und das auch So Muss ich alles bekommen Nö ne Das sind Fabric Und ich glaube ein Leder Aber Ja Gut Wir sind eigentlich ganz gut Ausgerüstet Ähm Wir schlafen Wir sind jetzt aber auf dem Boden Hier Äh Ne Ne Sleep Eine Bett Das ging fix Ein Fleisch Ja Ganz toll Kann ich jetzt bitte weiterschlafen Dankeschön Sehr freundlich Hatte meine Tür Eingerissen Bist du scheiße Das gibt's doch gar nicht Was ne Kackpratze Eiskalt die Tür eingetreten Was soll denn das Hä Too damaged Okay Ähm Per Mh Gut Lass Mich Ich Oh Ich blute und ich bin vergiftet Das ist nicht so cool Ähm Dann machen wir gleich mal so ne Bandage Habe ich nicht noch Kohle gehabt irgendwo Ich glaub in der anderen Kiste Ja So Warte mal Wo ist der Kohleverband Dafür brauche ich Charcoal Ach Charcoal hat er fallen lassen Aha So I see I see Okay gut Das ist natürlich normale Kohle hier Aber auch das sollte funktionieren Damit ich zumindest vom Blieden erholen Und Vergiftungen Ach genau Vergiftungen kann ich mit dem Gerät hier Hey Mit dem Gerät machen So Hier Und weiter schlafen bitte Dankeschön Sleep Erholsamer Schlaf Meine Freunde Erholsamer Schlaf Schön Das darf weg Das darf weg Das darf weg Ähm Und so was ist das weg Darf gerade das Und das Und das Mhm Mhm Inzwischen tragen wir echt viel Zeugs mit uns rum Was wir so gar nicht ablegen können Bandage Kann ich die reparieren? Nö ne Schade Okay Ähm Flower Seeds Ganz toll Äh Quiver Den muss ich noch entleeren Ja Ich sollte mich vielleicht erstens diesen Rucksack bauen Warte mal Backpack 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 Wie viel kostest du? Zwei Leder und zwei Strings Das kriegen wir doch hin, oder? Das kriegen wir wohl noch hin Ähm Oder auch nicht Doch Zwei hab ich noch Nur noch sowas hier Äh Das darf jetzt gerne mal alles weg Oh Voll Mist Ähm Das könnte jetzt schmerzhaft werden Okay Eine Kiste Kurz rösten Und Setzen Gut Sollte ich hier alles tiergedöns Mumpsige rein tun Haha Da haben wir nämlich echt viel Ja Den Adel brauche ich noch für den Rucksack Korrekt Ähm Ja Ja Leder Dann zwei Strings Noch eine Bark Backpack Backpack Komm schon Nice 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 Okay Damit kann ich arbeiten Äh Natürlich Will ich jetzt hier Will ich sortieren Ich glaub Nein Kann ich jetzt hier das Ding noch reintun Auch nicht Mist Ähm Auch wenn's weh tut So Kurz ausruhen Okay Dann was trinken Und vielleicht Bisschen Sachen sammeln gehen Ananas Ananas zum Beispiel Letzter Stress Ach Mist Vieh Keine Chance Haha Zack So Essen Essen Komm schon So Wunderbar Sonst noch Sieht's gerade dabei Nö Klar bin ich jetzt wieder Überfüllt Was soll lauten Aha Open Container Da kommt rein Mein Wasser Das ist am schwersten Glaube ich Ja Ähm Die Schaufel brauche ich noch Die Schaufel kann mal weg Eigentlich Kann ich hier Desassemblen Ja Oh Ist da nicht alles drinsteckt Okay Ähm Gloom Poison Ivy Seeds Kann ich auch mal pflanzen So Ähm Ananas Ananas Ananana Pflanzen So So weit So gut Alles andere brauche ich irgendwie Kann ich das mal hier Zweiten Quick Slot setzen So jetzt können wir hier Ekligen Sumpf wegmachen Oder auch nicht Oh Okay Mhm Sehr schön Oh Eine Wurzel Wurzel brauche ich einen Peak eigentlich Ich glaube das ist einfach nur zum Zum Anfeuern Kann ich auch direkt mal hier lassen Stroke Fire Fuel Item Strength 12 Das ist gut Ich glaube Cool das ist sogar nur 10 Fire Source Recrease the Strength Ja ja Können wir erstmal hier draußen lagern Auf einen Haufen Vorkommen Unwichtig Hallo Hm Komisch So meine Baumwolle Ist fertig Direkt wieder reinpflanzen Plant Mhm So hier ist ganz schön viel Sumpf So Ich würde sagen Aufwumpaktion Mach ich noch Wir sehen uns Nicht in der nächsten Folge Das war jetzt erstmal die letzte Folge Von Wayward Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen Euch das Spiel mal anzugucken Ich finde es hat einen super Hohen Wiederspielwert Weil halt die Inseln immer anders sind Und auch die Monster Äh Immer anders sind Und Ich glaube Also ich meine zu wissen Dass dieses Spiel auch von einer einzigen Person Halt Ähm Erstellt wurde Also wirklich Gemacht wurde Und seitdem er guckt Unter dem ersten Video Hat er geschrieben Danke fürs Spielen Auf Englisch Und Das ist der Typ glaube ich Der dieses Spiel gemacht hat Und Das ist Ich finde Es wirkt sehr stimmig Es funktioniert einwandfrei Wir haben eigentlich Ich glaube ich Keinen einzigen Bug gesehen Ja Und Ich glaube es gibt das für 7 oder 8 oder 9 Euro Im Steam Und ich finde Das lohnt sich auf jeden Fall Weil es ist echt ein süßes kleines Spiel Ich glaube er hat ziemlich viel Liebe gemacht Von einer Person Und das lohnt sich Ich würde sagen Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder Guck gerne bei Stoneheart vorbei Das ist Liegt mir auch sehr am Herzen Das Spiel Verfolge ich auch schon sehr lange Und das wird auch diesen Platz hier einnehmen Von Wayward Und Ich würde sagen Bis zum nächsten Ja Bis zum nächsten Spiel Bis dahin Tschüssi 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 assessments